Viel Herz, viel Schmerz und jede Menge Intrigen. Tag für Tag zielen Daily Soaps wie Sturm der Liebe, unter uns oder gute Zeiten, schlechte Zeiten die TV-Zuschauer in ihren Bann. Das sind die Highlights am 21. August. Mit gute Zeiten, schlechte Zeiten fing im Jahr 1992 alles an. Seither sind die sogenannten Daily Soaps aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Regelmäßig begeistern neue Geschichten rund um Freund oder Feindschaft. Liebe oder Missgunst ein Millionenpublikum vor den Bildschirmen. Das sind die Daily Tipps für Montag, den 21. August. 14.10 Uhr. Das Erste. Rote Rosen. Malte kann es nicht fassen. Ralf hat ihn so geschickt provoziert, dass er spontan ein Geständnis abgelegt hat. Kann er das wieder rückgängig machen? Annette dagegen ist dankbar, ein Stück weit entlastet zu sein und begreift, dass es Zeit für einen Neuanfang ist. Alleine, ohne Malte und ohne Altlasten beschließt Annette. Die Spedition zu verkaufen. Tammo hält an seinem Traum von einer Fahrradwerkstatt mit Marvin fest. Marvin ist überfordert und sagt seiner Mutter Ramona am Telefon deutlich, dass Tammo nicht länger bei ihm bleiben kann. Tammo hört das Gespräch mit und fühlt sich von seinem Bruder verraten. 15.10 Uhr. Das Erste. Sturm der Liebe. Erik wird von Yvonne Krankmeldung überrascht. Als er mit ihr später im Dorf spazieren geht, laufen sie prompt Alexandra über den Weg. Es kommt zu einem folgenreichen Gespräch. Nicole ist am Boden zerstört. Denn nach der Überflutung ist der Schaden im Café immens. Der Betrieb droht wochenlang auszufallen. Da der Wasserhahn intakt ist, lehnt die Versicherung eine Kostenübernahme ab. Noch dazu steht Fahrlässigkeit im Raum. Ob Nicole das Café retten kann? 17.30 Uhr. Unter uns. Evers Brief wirft Ute aus der Bahn. Obwohl Dominik ein Recht darauf hat, von Evers Schicksal zu erfahren, enthält Ute ihm den Brief vor. Dank Vivians und Davids vereinten Anstrengungen kommt Vivians Schwester gesund auf die Welt. Das Erlebnis ändert vieles. Auch Vivians Blick auf David. Paulas Gefühle für sie beschäftigen Cecilia. Und sie muss sich fragen, könnte sie sich vorstellen, mit Paula mehr als nur befreundet zu sein? 19.05 Uhr. RTL. Alles was zählt. Henning und Daniela helfen, Simone und Richard schließlich doch, und die vier hoffen, dass dies eine Chance ist. Jennys Unschuld zu beweisen. Kims Ware droht, nicht rechtzeitig zur Präsentation da zu sein. Ben sucht eine Möglichkeit, ihr zu helfen, als ausgerechnet Justus einspringt. Aber hilft Chiara dabei, mit ihrer Geschichte nicht aufzufliegen, und beiden wird einmal mehr bewusst, wie schwer es ist, etwas zu verheimlichen. 19.40 Uhr. RTL. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Hat Erik den Betrüger gefunden? Seine Freunde müssen ihn zurückhalten, als er fassungslos feststellt, dass er nichts gegen ihn ausrichten kann. Werden sie dennoch eine Lösung finden? Muss Jessica nach ihrer Suspendierung das Krankenhaus wirklich verlassen? Sie rechnet mit einer Kündigung. Lilly nutzt ihre Antrittsrede als Oberärztin und fordert den wahren Täter auf. Wir sind nicht nur in der Kündigung. Wir sind nicht nur so, dass die Kündigung das Ganze errichtet wird.